Das ist die Geschichte von der verstimmten Gitarre. Ich stand sieben Tage ganz alleine bei uns im Proberaum. Es war so furchtbar, die sieben Tage lang standen ganz alleine bei uns im Proberaum. Und das Schlimme war gestern, gestern als sie probten, nur als sie wieder probten und dann aufnehmen wollten, da klang das so furchtbar. Es war traurig, denn es klang so furchtbar. Gestern war's traurig, so furchtbar, traurig, so furchtbar, traurig, furchtbar, traurig, furchtbar, traurig, ich hätte schreien können. Doch ich konnte nicht schreien, denn die Seiten waren ausgeleiert, 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 klangen schlecht.